15 Okay 15 hab ich gesagt Du musst nur zählen Gut Zählen 5 5 5 6 7 6 8 8 9 9 3, 2, 3, 2, okay, ich sehe jetzt meine Ecke einpacken. Ach, ich sehe jetzt. Jetzt wird es vorbei. Da habe ich mich gerade so gefreut, dass der hier nicht getroffen hat. Wir bleiben auch tatsächlich sehr ran ran, die ganze Zeit. Aber weil es halt so sensibel ist. Dann würde ich noch dazu sagen, jeder macht 5 Stück, bevor er wendet. Jeder kann selber für sich selbst eine Platte aussuchen, 5 Stück und dann wenden. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.